Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Diesen Tag haben wir von Gott empfangen. Wir geben ihn Gott zurück mit allem, was heute gewesen ist. Amen. Gott, du weißt, welche Menschen und Situationen in Gedanken jetzt an mir vorübergezogen sind. Ich bringe sie alle in meinem Dank und in meiner Bitte vor dich. Und wo ich schuldig geworden bin, in Gedanken, Worten und Taten, da bitte ich dich. Vergib du mir, Herr. Danke, dass deine Liebe größer ist als meine Schuld. Und wandle in Segen, was heute hinter mir liegt. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr. Und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tages Schein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. Amen. So segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020